Alle Wege führen in Zukunft zum Würstel-Eck im Café Euro. Bereits am Eingang zeigen die Fußspuren, wo es lang geht. Neben Getränken zum Mitnehmen gibt es ein umfangreiches Würstel-Angebot. Der Grund für die Eröffnung des Würstel-Ecks lag auf der Hand. Wir waren vor kurzem einmal in der Schweiz und wir haben eine Currywurst probiert, was normal für Deutschland ist. Und das hat uns eigentlich so fasziniert und weit und breit bei uns gibt es keine Currywurst. Und das war eigentlich der ausschlaggebende Punkt, wo wir gesagt haben, ja, und jetzt versuchen wir es mit dem Würstel-Eck. Das Angebot konnte man im Café Euro erweitern und man schaut dahingehend positiv in die Zukunft. Wir bieten ein sehr breites Angebot an. Wir haben, abgesehen von der Currywurst, auch Hurenheidel, wir haben sämtliche andere Würstel zur Verfügung und wir werden auch in Zukunft Mittagsangebote für unsere Gäste haben, Erwartungen. Wir erweitern unser Euro-Café in diesem Fall eigentlich mit unserem Speisenangebot. Zurück zu den Wurzeln. Früher hat es das auch gegeben. An Livemusik und Würsteln führte kein Weg vorbei. Lustig sind wir sowieso. Und wie gesagt, Würstel isst man zu jeder Tages- und Nachtzeit, ob in der Früh, Morgenstunden oder eben am Nachmittag, zum Mittag. Ich glaube, das fehlt bei uns in der Umgebung und ich denke, wir liegen damit gut. Viele Gäste kamen zur Eröffnung und einige haben die unterschiedlichsten Würstelsorten gleich einmal getestet. Die Würsteln sind erstklassig, gut und mich freut es, dass heute hier bei dem Aura-Café eine Würstel-Ecke eröffnet wird und ich hoffe, dass das einen großen Anklang gegen Kaufenberg findet. Welche zwei Würstelsorten haben Sie probiert? Zwei verschiedene Currywurstel. Eins mit normaler Sauce und eins mit einer Spezial-Sauce von der Chefin. Trotz dichtem Terminkalender ließe sich auch der Bürgermeister nicht nehmen, auf eine Steppvisite ins Würstel-Ecke vorbeizuschauen. Ganz nach dem Motto, die Currywurst erobert Kaufenberg. Ich weiß ja nicht, ob es nur die Currywurst ist, aber insgesamt gibt es ja viele Wurstorten hier. Ich freue mich aber auch, dass es die Currywurst hier gibt und das ist eine neue Idee. Und ich glaube, der Bobi und die Karol werden das perfekt machen. Ich freue mich. Hat das gefehlt, weil es kommt ja eigentlich aus der guten alten Zeit, so einen typischen Würstelstand gibt es ja eigentlich gar nicht mehr. Es gibt ihn schon, aber nur mehr sehr sporadisch. Aber ich glaube, dass Sie sich erinnern, gerade am Frechernplatz eine ideale Ergänzung ist, weil das haben wir bis jetzt hier direkt noch nicht gehabt. Auch der Hauseigentümer inspizierte die Idee seines Pächters und nachdem er zwei Jahre in Berlin gelebt hat, ist er mit Currywurst und Konsorten bestens vertraut. Ich finde das eine wunderbare Idee von unserem Pächter von Bobi. Er ist ja 15 Jahre schon im Hause und überrascht immer wieder mit neuen Ideen. Und ich glaube, nur so ist es möglich, dass man langfristig als Gastronom hier in Kaufenberg bestehen kann. Begonnen wird im Würstleck zeitig und den ganzen Tag über hat man die Möglichkeit, die verschiedensten Wurstsorten zu testen. Wir beginnen am 9 Uhr morgens. Öffnungszeiten sind bis 24 Uhr. Das Würstleck bietet seine Speisen von 11 bis 22 Uhr und Sonn- und Feiertag natürlich auch. Den Biss in den Morgengrauen, nicht zu verwechseln mit der Vampirsaga, hat man im Würstleck übrigens auch, wenn eine Veranstaltung dann doch einmal länger dauern sollte.